Hunger-Ash-Games. Keine Ahnung, wie er heißt. German Gaming oder so. .net. Ja, genau, aber ich hatte doch irgendwo noch die Nummer dahinter. Da brauchte man doch so ein... 9987 oder so. Bist du dir da sicher? Ziemlich. Ich aber nicht. Ich guck mal oben. Im Channel müsste das auch drin stehen. Versteckte meine Mutter. Hungry as Games. Mein Mami ist jetzt am Special. They say hey a little bit bitchy, but I'm not. Was? Nein. 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 Ich so, nö. Er so, doch. Ich so, nö. Und ich so. Nö. Nein. 9987 war die Nummer. Genau, ja. Bin ich mir ziemlich sicher. Wer hat erstes Blut gemacht? Wir, ja. Ja, du bist das erste Blut gewesen. Ja, ich bin der Erstgeborene. Nein, das bin, äh, äh, nö. Nö, na, 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 vielleicht doch. Sag lieber nichts. Ich sag auch nichts, denn... 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 Ganz genau, du bist nicht der Erstgeborene. Oh, ein paar Simply! Äh, äh, A-h, nö. ät. Ich löst das Confident. Äh,ıll, nö, nö. Keine Frage kommen doch auf mein pero für sein Drache. Du bist ganz numerator. Willst du стала mit dem spiel Window? Es gehtがとう Five 후. Würde gerne. XV, options precioierte andere. Aus dem friends Steven NATURE. Nein. Ja, ich sheriff also payingjektesatura GM. In ganz longe. Ich weiß, dass du das guckst. Du guckst das irgendwie jeden Tag, wenn es läuft. Bro, Mann, das kannst du nicht bringen. Du musst Game of Thrones schauen, das ist wichtig. Das ist ein Ziel, ne? Das gehört zur Allgemeinbildung wie Rocky Balboa. Kennst du den? Rocky Balboa? Ja, klar. Kennst du den nicht? Wer kennt den nicht? Ja, das frage ich mich auch. Aber es gibt immer wieder Menschen, die zu mir sagen, wer ist das? Ich habe auch letztens von einer gehört, wer ist Rambo? Oder was ist Rambo? Ich kann dir sagen, wie Rocky Balboa ist, das ist in Westus DeLore. Nee, Rocky ist ein Boxer. Nein, nein, stimmt, das ist, das ist, das ist, äh... Rocky ist ein Boxer, ihr Pisser. Na eben. Das ist der geilste Soundtrack der Welt. Zeig, was du willst. Ist das? Ah, das ist schon. Okay, der Tag ist gelaufen. Jetzt singe ich nur noch Rock. Jetzt habe ich einen Ohrwurm vom Rocky Balboa, Mann. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Klang so deine Stimme ich klar das trifft nicht gell Untertitelung des ZDF für funk, 2017 scheiße ich bin ich soll sänger werden aber so richtiger opernsänger naja wie bushido oder so weißt du richtig einen auf karel gott machen und so ich hab letztens bushido gedisst ja sagte k1 ist eine teilnote und ich sag so ich bin der zuhälter seiner teilnote und dann hab ich ihn so in die fresse geschlagen oder er dir vielleicht spaß nein nein er wollte erst so aber ha 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 habe ich ihm gegeben mit dem 22er bieter seiner aus der seite und so er hat 20er bieter um da passt durch ein handelscheibenloch ich dann so also was willst du tun ich probiere ganz schnell die visage ja nein nein mach es nicht ich probiere dir ganz schnell die visage ach Gott wie ging diese eine leiden anders ja ja dennig kommt das kann ich nicht machen karl guckst Für immer als ein Leben lang für immer als Now push, push, push the button and let me Oh, die Ulti saß Ja, die Ulti saß auf jeden Fall Die Ulti, die saß, äh, die Mutti, die, oh Frank ist gar nicht daheim Bei seiner Mama Ich frage mir mal gefragt, ob er dann nachher kommt Was? Frank ist bei seiner Mama? Ja Bei seiner Mutti Wow Da wird wieder eingeloggt Oh Gott, nein Haha, bitte nicht Wir sind so Violettlehrerin letztens Wir machen ja Vererbung und dann haut sie da irgendwie raus Irgendwer haut da raus Ja, man kann ja auch so Sachen von seinem Großvater oder so vererben Bekommen, ne Muss einfach nur richtig einlochen, ne Und dann so Ja, also da müsste aber dann schon der Großvater mit der Frau von Ganz komisch so Wenn die Schwester ein Kind bekommt oder so Dann kann das auch Gene vom Großvater oder so haben Und dann hat sie irgendwie so rausgehauen Ja, dann müsste der Großvater mit der Schwester Ne, lassen wir das Lassen wir das, okay Das ist richtig geil Aber es ist ja so Oh, terminiert Terminiert Wie lange dauert das bei dir noch? Ungefähr Viertelstunde maximal Okay Guck ich mal rein Die Aktivitäten von Freunden Ceramis hat einen neuen Screenshot von SSV4AE veröffentlicht Hast du das? Wirklich? Ja, habe ich Ich habe so viele Screenshots schon veröffentlicht Aber wenn jemand guckt sie sich an, das ist so lustig Flori erzieht den Counter-Strike Global Offensive Willen und Testament sprengen Gewinnen sie eine Runde Indem sie eine Bombe eines gefallenen Kameraden aufheben Und dann erfolgreich platzieren Wow Flori erzieht den Counter-Strike Tönen sie 100 Gegner mit der Block 18 SGQ Brandy hat nun die Super Street Fighter 4 Arcade Edition Ceramis hat nun zwei neue Screenshots veröffentlicht Flori erzieht den Super... was? Ceramis erzählt den... was? Bin ich ganz groß jetzt, oder? Hier Oh fuck, jetzt schon wieder der Ton weg Jetzt muss ich aber... Oh, ich habe vergessen, wieder auf die auf... Oh man, oh, ich bin so eine Nutte Nein, nein Du bist meine Thai-Note Oh ja, und ich bin dein Zuhälter Das ist so lustig, ne, wenn ich deine Thai-Note bin und du mein Zuhälter Das ist so lustig, ne, ja, total K-1 ist eine Thai-Note Und seinen Vater ein Zuhälter Ich wäre gern... Once upon a time Oh man, das war ein Lucky Shot Cool, ich kriege... Erfüllen sie 14 von 26 Steam-Aufgaben, um das Abzeichen Stufe 1 zu erhalten Was muss ich denn noch machen? Geben sie auch dem Profil eines Freundes einen Kommentar ab Rufen sie das Profil eines Freundes auf und geben sie dort einen Kommentar ab Okay, mach ich Brandy Profil aufrufen Hola, aber nett Brandy, ich gebe jetzt ein Profil... Oh, ne Kommentar auf dem Profil ab, wie mach ich das? Kommentare, Kommentare hinzufügen Der Penner, der mag Männer Das machst du jetzt, bitte, bitte Nein, 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 ich mach das anders Der... Du solltest mal ein Bild hineinfügen Irgendwas aus irgendeinem Spiel oder irgendwas Meine Finger aus der Steam-Galerie Ich füge eins von mir, ein Nacktbild hinzu Nein, irgendwas, keine Ahnung Von irgendeinem Spielcharakter Was weiß ich, ein Messeffekt ist Was, keine Ahnung So ein Nacktbild halt, ne? Nude Patch Brandy ist nude und rude Was? LOL 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 Ja, da sagst du richtig, Bro, da sagst du richtig 1337 schreibe ich jetzt unter dein Profil Kommentar verfassen Hab jetzt einen Erfolg bekommen Ich hoffe es doch Gesünder für Steam Hehehehe Ja Hab ich Kann ich den jetzt wieder löschen, ne? Der ist ja gar nicht mehr da, wo ist er denn? Hallo, ich hab doch LOL oder 1337 geschrieben Schreib Rose Adler 4005 oder wie ich heiße Nein, nein, ich hab doch schon geschrieben Warum müssen das weg? Ja, 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 ja Keine Ahnung, wo der hin ist Na egal So was gibt's noch? Verfassen Sie ein Review zu einem Spiel Empfehlen Sie ein neues Spiel aus Ihrer Spieleliste Nein, das ist eine Scheiße, das empfehle ich nicht Nein, das ist eine Scheiße, das empfehle ich nicht Es zieht sich voll, das Spiel gerade Weißt du, ich hab vorhin verloren, die Runde, wo ich dir erzählt, ob das so gut läuft Soll ich dir sagen, warum? Wir waren, es heißt ja immer 5 gegen 5 hier, ne? Und wir waren plötzlich, äh, wir waren plötzlich nur noch auf, ähm, 4 gegen 5 Und deswegen haben wir verloren Toll, toll Wahnsinn, wie ich da sterbe Jetzt gerade liegen wir aber auch nur von den Kills vorne, wer nicht Meine Lippen sind voll aufgegangen bei der Arbeit gestern Und zwar übel Hörst du mich noch? Ja Okay, ich dachte schon wieder, ich muss gegen die Wand schlagen hochgekommen band, bin ich wohl genau und müssen flagieren Sie nicht sie hier haben und推ziehen esen los Mikro aufbessere drei und letztendlich ich habe dasあと, ihr müsst, wenn du Fan hinabителя ab jetzt der 8 Cando Die Arabische Ich bin... Ich will die ganze Zeit... Danke, dass Sie ein Review abgegeben haben. Gern geschehen. Gerne, für euch doch alles, ihr Pisser. So, was gibt's jetzt nächstes? Kommentieren Sie den Screenshot eines Freundes. Ich hab keinen. Dann kommentieren wir... Dann muss ich Franks nehmen. Ich kommentiere den Screenshot vom Frank. Der hat nur einen. Sehr schön. Das gewinnen wir sogar jetzt und dann ist vorbei. Stell dir vor, wenn man gewinnt, hat man das Spiel beendet. Wusstest du das? Zu dritt. Nee, zu fünft. Veröffentlichen Sie ein Video. Ja, mach ich sofort, wenn du willst. Rufen Sie Ihre Video-Seite auf und wählen Sie ein Video zum Teilen. YouTube-Account verknüpfen. Jawohl. Natürlich mit Steam. Das kann ich mal schnell. Geben Sie Ihren echten Namen auf Ihrem Community-Profil an. Okay, da geh ich jetzt Markus oder so ein. Markus von der Heisen. Nein, das... Da mach ich das. Profil bearbeiten. Ähm. Richtiger Name. Hm. Sei nicht so neugierig. He. Du Pisser. Speichert. Ich bin noch nicht neugierig. Wäre das auch geschafft. Spielen Sie ein Spiel. Ja, das habe ich ja wohl geschafft. Fügen Sie einen Freund, das habe ich auch. Bewerten Sie ein Gegenstand im Workshop. Proben Sie das Team Workshop auch und bewerten Sie etwas. Das ist sehr gut. Tseh. Hm? Upsa. Warst du das? Nein, nein. Bist ja ein großer Junge schon. Das darfst du. Die Opfer. Wie warst du das? Ich bin ja doch nicht. Ich bin ja auch gräuter. Ich bin ja auch nicht. Naja. Mioos. Ich bin ja nicht. Warte. Ich bin ja nicht längst. Warte! Auf! Es geht nicht! gibt es hier tolle spieler die ich bewerten hätte können das ist hier das Leben ja auch ich dachte schon du bist wieder weg die Kelle bei Klingel ich bin kein Fall Klingel man soll nur noch mal reden ja Oh, Mann, oh, Mann. Do it. Passé. Was du nicht dachtest, oder? Dachtest du etwa? Achso. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Gerne doch. 100 XP bekommen. Erführen Sie 22 von 26 Steam-Community-Aufgaben, um das Abzeichen Stufe 2 zu erhalten. Boah, das hat weh getan. Veröffentlichen Sie eine Status-Weldung für Ihre Freunde. Freunde? Fragezeichen? Jetzt wird's schon schwieriger. Das gibt's doch nicht. Nee, Freunde, hast du sowas? Setzen Sie Ihren Freunden eine Status-Meldung. Ich glaub, das wird schwer. Dino, spiel mit mir. Ich spiel gleich mit dir, SF, und das nehm ich auch übrigens auf, gell? Warum das denn? Darf ich nicht? Dann muss ich alles geben. Ja. Ich würd sagen, wir spielen dann aber auch so ne fette Lobby. Hast du Bock? Ja, können wir auch machen. Wieder so ne Vierer-Gruppe und dann... Es war ganz lustig, fand ich. Und die Hörner, die wir aufnehmen, oder was? Es ist doch nehmlich. Ja, mal, mir wurscht. Ja, gut, eigentlich mir auch. Oh Mann, dass ich den Kill jetzt nicht bekommen hab, das ist echt, also... Da zieht's mir schon die Hoden hoch. Ich zieh mich immer an deinen Hoden hoch. Was? Damit ich auch mal Fame kriege. Oh Gott, damit du auch mal weißt, wie sich das anfühlt, Hoden zu haben. Nein! 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 Theatralisch so, nein! Bitte nicht! Du kannst diesen Feed jetzt wieder löschen, ja? Bei dem Löschen, ja. Bewerten Sie Inhalte in Ihrem Aktivitäten-Feed. Gut, mach ich. Sehr schön. Und da ist das Ding nach Hause gefahren in zwei Minuten, denke ich. Brandy, ich bewerte das mal mit positiv, dass du jetzt Feed-Wetter hast, so. Ist, das ist auch das Positivste, was ich seit langem, äh... Probieren Sie den Community-Markt aus. Kaufen oder verkaufen Sie einen Gegenstand aus Ihrem Inventor auf dem Jahr, das kann ich ja nicht, weil keiner einen Cent ausgeben will für meine Karten, die ich da rein stelle. Das ist ein bisschen traurig eigentlich schon. Also, schließen Sie einen Handel ab. Kann ich auch nicht, weil Brandy beschäftigt ist, also den Ding. Mach ich so. Benutzen Sie... Yay! Finden Sie... Finden und benutzen Sie ein Steam-Emoticon im Chat. Emoticons bestehen beim Kombinieren von Sammelfarten und sind handelbar. Was? Hahaha, gewonnen! Victory! Ich sende jetzt mal eine Nachricht, Doppelpunkt-Yay-Standard, Doppelpunkt-Yay-Doppel-Yay-Doppel-Yay-Doppel-Yay-Doppel-Yay-Standard.